Hallo wieder bei FIFA 17 mit Alex Hunter aka LXH So, dann wollen wir mal den nächsten Skillpunkt Defensive, Rippling, Passen So, hauen wir mal Passen rein Dann haben wir fast eine Pässe drin Und das ist ja schon gut Für mich Denke an diese Skillpunkte arbeite ich hauptsächlich abmal So, mal gucken was jetzt kommt Training im Passen Warum nicht, das ist gut Also auch noch immer Auswechselspieler Mal kurz vor Start F Dann wollen wir mal den Herrn Trainer Schön beeindrucken Ach, dieses Training, das kann ich gut So, geht das Ah, der hat den noch einmal passen sollen, glaube ich Na ja Ah, schade Aber B ist schon mal in Ordnung, denke ich mal So, okay Ah, der Das ist ja Ah, der hat den noch nicht so so knapp ist das so gut gemacht ja das war schon mal auch wieder ein vernünftiges training ja und ich habe mich gut verbessert trotzdem wieder auswechselst das ist schade so was gibt es ein neues Mr. Alexander ist eine andere Wett oder spiel einfach dein Spiel Monami nutze deine Chance der Jugend eine Chance zu geben ist ja nett aber es ist eine entscheidende Saisonphase also es reicht nicht es es reicht jetzt mit Mr. Alexander okay Hashtag Foxes lieber Trainer bitte lass Mr. Alexander diese Woche spielen er ist der beste danke so das war das Alexander kann heute vor der heimischen kann sich heute vor der heimischen Kuliste zeigen jetzt los lässt da wir brauchen drei Punkte okay holt euch bitte ein Tor oder zwei Hashtag heimische Hashtag Dilli Ding Dilli Dong ja so so gegen Arsene sitze ich wohl auf der Bank ja wieder auf der Bank na gut naja beeindruckende Bus holt die Führungstor zählt das Tor das nächste Tor positives Ergebnis gewinnt das Spiel hoffentlich ist das jetzt mir nicht zu viel Druck so dann macht kein gegenthalter gegenthalter nein mist den punkt habe ich jetzt auch auch Ah, da habe ich faul gemacht. Ah, da stehe ich auch total falsch. Jetzt habe ich zu viel Druck wegen das Tor erstmal zu erschießen und dann jetzt das Gegentorf zu verdauen. Oh, Üsel kommt rein. Klasse 2 Kampf, aber doch brotlose Kunst gewesen. Der Zweikampf scheinbar. Schöne Idee. Aber trotzdem das Dreh, das Spielwissen war nicht gut. Oh. Ach, das war das Spiel. Gar nichts geschafft. Und verloren. Oh, fuck. Hier muss ich im Training aber was reißen. No sort, das war kein gutes Training. So. Gegen Arsenal hätte ich mehr erwartet. Stattdessen gibt es nur zu eins. Mr. Alexander schwach. Hashtag LCFC. Mr. Alexander, man kann nicht immer gewinnen. Ich halte mich mit Kritik nur beiderweise zurück, aber Mr. Alexander ist echt ein Grottenkicker. Oh Gott. Die Niederlage hat für Leicester sich selber zuzuschreiben. Wer in dieser Liga so auftritt, kann nicht ernsthaft warten an Sieg anzufahren. Ne. Ich will mehr von uns sehen. Es liegt Schande. Hm. 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 Ja. Gerüchte und zufolge darf Alexander heute Anfang der zweiten Durchgangs ran. Hm. Ja. Da machen wir ihn. Kind. Genau. Aber ich sitze jetzt. Nicht eine Fortunes, aber vielleicht kann ich dir helfen. Alex, manche sind ziemlich nervös. Achse ich besser auf, okay? Hast du auch? Ja. Ja, deshalb so. Ja. that's what I'm doing here signed this morning another striker they're Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, Arbeit macht dann mal Schluss für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.